Are you ready, darling? I am. Don't do it live for too long now. 2,8 Kilometer bis in die Parfumarie. Paris 8 oder wie die heißt. I got a sail shop for 30 Euro. 39. Ja, Leute, schreiende Kinder, Baustellenlärm, Shopping Queens, schwitzende Ehemänner. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Hallo. Ja, ihr seht mich schon, die irische Lady hier. Wir sitzen hier auf dem Rastplatz auf der A48 und wir sind auf dem Weg nach Luxemburg. Und zwei Dinge, die wir da tun wollen. Erstmal will die irische Lady eine leichte, eine ganz kleine, leichte Shoppingtour machen. Was auch immer das heißen mag. Ich bin gespannt. Und ich habe das zum Anlass genommen, hier mein neues Objektiv heute fotografisch ein bisschen zu testen. Vielleicht vlogge ich auch damit. Das weiß ich noch nicht. Da nehme ich aber wahrscheinlich ihren Pocket 2. Das 16,55 durchgehend 2.8 für Fuji von Fujifilm. Also ich bin gespannt, was uns Luxemburg bietet. Ich war schon ewig nicht mehr da. Also es ist bestimmt ohne Quatsch 40 Jahre her, dass ich in Luxemburg City war. Ich war schon mal an der Grenze des Öfteren, aber nicht in der City. Mal schauen, wie es da aussieht. Ob da nicht auch ein bisschen viel los ist, weil wir haben nämlich Ferien. Ja, das ist richtig. Ja, und es gibt halt auch keine Beschränkungen mehr nach Luxemburg. Wir haben zwar beide einen negativen PCR-Test gemacht, weil das, wenn wir uns irgendwo hinsetzen wollen, den brauchen wir. Mal gucken, was da abgeht. Ich denke mal, ich bring auf jeden Fall ein bisschen Kaffee mit. Ja. Und die irische Lady bringt bestimmt ein bisschen Parfüm mit, oder? Ja, definitiv. Also, wir gehen jetzt weiter ins Auto auf der A48. Nehmen wir euch vielleicht ein bisschen mit über die A48 mit der schönen Aussicht in die Eifel. Und dann sehen wir uns in Luxemburg wieder. So, wir sind endlich in Luxemburg angekommen. Es war eine kleine Odyssee, weil ich nämlich die Ausfahrt zum Parkhaus verpasst habe. Und ja, Luxemburg ist ziemlich groß. Also, wenn es groß ist, ist es eigentlich nicht. Nein. Aber man kann halt sich mit dem Auto ganz schön drin verfahren. Und jetzt haben wir am Bahnhof geparkt im Parkhaus. Und wir sind jetzt auf dem Weg zum Holy Grail of Parfumary. Und zwar 2,8 Kilometer. Kein Thema. Zu Fuß ist das nur ein Kaffee. Aber das ist ja kein Thema. Dann sieht es hier eigentlich ganz schön aus. Allerdings wirkt Luxemburg momentan auch die Stadt wie eine einzige große Baustelle. Da sind ja ganz, ganz viele Baustellen. Aber wenn ihr mal so guckt, ist es nicht so schlecht. Ich lasse euch mal einen kleinen Rundumweg machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, man ist das gar nicht mehr gewohnt, so viel los in der Stadt. Jetzt haben wir uns erstmal einen schönen Cappuccino gegönnt, bevor wir jetzt gleich ins Shopping-Erlebnis eintauchen. Aber schön hier. Oh ja, habe ich irgendwie vermisst hier. Irgendwo draußen zu sitzen, Kaffee zu trinken. Herrlich. So, wir haben es geschafft. Wir können Vollzug melden. Das Parfüm ist aufgetaucht. Wir waren in drei oder vier Parfümerien und haben es jetzt wirklich geschafft. Und das Ding ist wirklich nicht so einfach aufzutreiben gewesen. Und jetzt gehen wir ein bisschen, noch ein kleines bisschen durch die, bummeln durch die Stadt und gucken uns mal das eine oder andere an. Wir haben aber eigentlich überhaupt gar keinen Plan, was wir machen wollen. Ja? Ich habe eine Säle für 30 Euro, 39 Euro. So Leute, während ich auf die irische Lady warte, die gerade bei, mittlerweile im fünften Geschäft gelandet ist, Esprit, werden wir jetzt mal von dem Pocket auf die Fuji umswitchen. Ich mache da mal ein Mikrofon drauf und werde damit mal ein bisschen versuchen zu vloggen. Wir gehen aber dann gleich wieder auf den Pocket über, weil das ist hier in der Stadt doch einfach ein bisschen einfacher und ein bisschen smoother. Aber ich habe jetzt genug die Lady verfolgt mit dem Teil. Ich möchte jetzt mal ein bisschen filmen und ein paar Fotos machen mit dem neuen Objektiv hier, mit dem 1655 A2.8. Ja, jetzt bin ich auf dem Fuji 1655. Das ist glaube ich intern nicht stabilisiert, aber die Fuji existiert ja, den Stabilisator. Die irische Lady ist aus dem S&S 3 Laden zurück, Darling. Sag mal Hallo. Hallo. Ich werde aber auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen fotografieren. Das Ding ist doch schon echt ganz schön schwer, ganz schön schwer am Arm. Und fällt auch ein bisschen auf, würde ich sagen, die kleine Kamera, oder? Ja, ein bisschen. Aber wir gucken mal, hier gibt es ein paar Sehenswürdigkeiten. Haben wir noch einen Laden abzuklappern, Darling? Ungefähr 20, aber ob du Geduld hast oder nicht, weiß ich nicht. Also noch 20 Läden, das kriege ich auch noch hin. Also noch 20 Läden, das kriege ich auch noch hin. Also schreiende Kinder, Baustelle. Shopping Greens, schwitzende Ehemänner. Ich bin jetzt mal wieder auf den Pocket umgestiegen. Wir sind jetzt mal hier in einem ziemlich coolen Lokal. Die Speisekarte ist auch recht cool. Auch die Preise sind in Luxemburg ganz cool, aber okay. Wir haben uns jetzt mal was richtig... Wir haben uns mal was Schönes bestellt, und zwar für ein Falafel-Rap für mich. Kann man ja das Kind abstellen. Ein Falafel-Rap für mich und für die irische Lady ein Butter-Bowl mit Crispy Chicken. Und natürlich zwei schöne luxemburgische Bier, die gönnen wir uns jetzt. Ich bin jetzt mal was. 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 So, wir sind gerade an irgendeinem, glaube ich, Großherzogspalast vorbeigelaufen. Und dann laufen wir jetzt schon wieder auf irgendeine Kirche zu. Weil wir haben eigentlich überhaupt keinen Plan, wo wir hier hinlaufen. Egal, wir machen es einfach mal. Dann können wir beim nächsten Mal, haben wir dann schon mal ein bisschen was im Kopf, wenn wir dann nochmal hinkommen, weil ich denke mal, das ist eine wunderbare Shopping-City für die irische Lady. Und dann können wir nämlich mal mit Übernachtung buchen. Dann geht die Lady shoppen und der Fränke geht fotografieren. Und dann sind alle zufrieden. Und dann sind alle zufrieden. Jetzt haben wir so viel gegessen, dass wir so müde geworden sind, dass wir eigentlich jetzt fast nicht mehr weiter können. Aber jetzt gehen wir doch nochmal in den Grund und dann hinten wieder zum Bahnhof und dann fahren wir auch wieder nach Hause. Wir wissen nur noch so genau, wo es lang geht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Leute, wir haben es echt noch dazu aufgerafft, runter in den Grund zu gehen. Grund nennt sich das, weil hier soll es schön sein. Allerdings alles, was wir runtergehen, müssen wir auch wieder raufgehen. Wir haben jetzt gesagt, wir gucken mal, ob wir da unten vielleicht wieder eine kleine Getränkequelle auftun. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.